Karaschigoi, Chagoi, Deutsch Karaschigoi Sakai Fischfarm, Tosai, ca. 20 cm groß, die sind noch nicht gesetzt, haben aber alle sehr schöne große breite Köpfe, typisch Sakai, der hier hat einen Farbpunkt, ansonsten hat er einen sehr langen Kopf, wer hier Interesse hat, wir haben 30 Stück, die kann man jetzt nach Bild bestellen, also man kriegt dann genau exakt den Fisch, was man sich aussucht, Sakai ist bekannt in Japan oder Asien für seine großen Karaschigoi mit breiten Köpfen, wir waren nicht krumm, also wir haben bis jetzt noch keinen einzigen krummen und auch mit Tumoren Null, also es ist eine gesunde Blutlinie, nicht wie bei anderen, das ist da zum Teil sehr schwierig, wer hier Interesse hat, kann sich melden.